Die Zeit des Kolonialismus begann für Frankreich mit dem Erwerb der ersten Kolonien am Ende des 16. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert wurde Frankreich zur zweitgrößten Kolonialmacht der Welt. Nach 1945 zerfiel das französische Kolonialreich rasch. Der Auflösungsprozess beschleunigte sich in den 1950er Jahren. Allein im afrikanischen Jahr 1960 wurden 14 französische Kolonien unabhängig. Epochen Zu Beginn war im 17. Jahrhundert für Frankreich speziell Amerika das Hauptziel der Kolonialisierung. Es beanspruchte in Nordamerika das heutige Kanada, das komplette Zentralgebiet der USA sowie einige karibische Inseln, ferner einen Teil von Indien. Durch den Pariser Frieden am Ende des Siebenjährigen Krieges musste Frankreich den größten Teil seiner amerikanischen und indischen Besitzungen an. Großbritannien abtreten, West-Louisiana hatte es zuvor bereits an das verbündete Spanien übergeben, um es nicht in britische Hände fallen zu lassen. Daher wird die Geschichte der französischen Kolonien in ein in der Karte grün gekennzeichnetes erstes Kolonialreich, das bis auf einige Küstenstationen im Senegal 1763 verloren wurde und ein in der Karte dunkelblaues zweites Kolonialreich, das 1830 mit der Besetzung Algiers seinen Anfang nahm, gegliedert. Zwischen beiden Phasen liegt die in der Karte nicht dargestellte Zeit des britisch-französischen Kolonialkonflikts mit der französischen Herrschaft über Ägypten und die Restauration der französischen Herrschaft in Louisiana. Zur Zeit des Napoleonischen Kaiserreichs kamen aber bis 1812 kurzzeitig noch weitere Kolonien zu Frankreich. Ab 1830 konzentrierte sich Frankreich auf Afrika, beginnt an der Gegenküste des Maghreb und eroberte zwischen 1845 und 1897 die gesamte Sahara, den größten Teil West- und Zentralafrikas. Da ein Großteil der Bevölkerung in den eroberten Gebieten Muslime waren, bemühte sich Frankreich ab den 1890er Jahren, eine Pisas-Musulmane zu werden, das heißt eine imperiale Macht, die ihre muslimischen Untertanen unter Kontrolle hatte. 1898 traf bei Faschodamnil eine französische Truppe auf die Briten, ließ sich allerdings auf keinen Konflikt ein und zog sich zurück. Seit dem Zweiten Kaiserreich griff der französische Kolonialismus auf Südostasien über Indochina galt als Glanzstück des Kolonialreichs. Daneben gab es kleinere Besitzungen in Indien und China. Nebenbei beherrschte Frankreich große Teile der Inselwelt des Indischen Ozeans und Ozeaniens. 1954 kam das Ende des französischen Kolonialreichs in Asien, 1960 auch in Afrika. Viele der ehemaligen französischen Kolonien gelten noch heute als Entwicklungsländer. In einigen dieser Länder finanzierte Frankreich noch Ende des 20. Jahrhunderts bis zu 50% der Staatshaushalte, Besitzungen, Kolonien, Protektorate. Die in der Liste gelb unterlegten Gebiete sind noch heute Teil Frankreichs bzw. mit Frankreich verbunden. Diesen verbliebenen Gebieten bzw. deren Hoheitsgewässer verdankt Frankreich heute die zweitgrößte Meeresfläche der Welt. Europäische Territorien Hier werden Gebiete in Europa beschrieben, die zeitweise unter französischer Herrschaft bzw. Verwaltung standen. Diese sind jedoch nicht mit den überseeschen Kolonien und Besitzungen gleichzusetzen, da sie einen grundlegend anderen Rechtsstatus aufwiesen. Siehe auch Tochterrepubliken, siehe auch Imperialismus, Union Française, Communautes Française, CFA Frontzone, Frankophonie, Assimilation, Islam in Frankreich. Römisch-katholische Kirche in Frankreich Im 19. Jahrhundert entstanden zahlreiche Ordensgemeinschaften für Krankenpflege, Schule und Mission. Sie rekrutierten ihre Mitglieder vor allem aus der Landbevölkerung, wo die Volksfrömmigkeit und das Bevölkerungswachstum stark waren. Jack Fockert Referenzen David Robinson Paths of Accommodation Muslim Societies and French Colonial Authorities in Senegal and Mauritania 1880-1920 Ohio University Press Athens Ohio 2000 S. 75 F. Deutsche Verkehrszeitung vom 5. Januar 2010 Pariser Blaubuch für grüne Meerespolitik UNV-Versammlung